Hallo und herzlich willkommen hier zu Rück zu Railway Empire 2 Mein Name ist der Ed für die Leute die mich noch nicht kennen mögen Und wie immer gilt natürlich willst du nichts mehr verpassen Abo da lassen, Glocke aktivieren, gerne gerne kommentieren Und natürlich liken was das Zeug hält Ist ja logisch So wie gesagt wir starten jetzt in die Szenario Season sozusagen Dazu auf neues Spiel Die Kampagne haben wir ja durch Szenario wir haben auch Ich gehe mal ganz kurz durch Genau hier guck Der Flying Scotsman den haben wir ja auch schon durch Auch in der Preview Variante Wir starten Wir starten An der Ostküste Chicago Das Rennen von Indianapolis Haben wir das nicht schon mal gemacht? War mir das nicht so? Kommt mir so bekannt vor Okay Chicago 880 Während eines Dinners nach einem Kongress der Eisenbahner hast du von allen Gästen mit Madam Ward eine Wette abgeschlossen Wer schafft es als erster die großen Seen mit Jacksonville in Florida zu verbinden? Du startest von Chicago aus Madam Ward von Toledo Jeder muss bestimmte Städte anschließen und noch gewisse andere Aufgaben erfüllen Wer zuerst alle Ziele erfüllt hat, gewinnt das Rennen und erhält die Strecke des jeweils anderen Okay Wir schauen mal Können wir jetzt Ja wir können uns jetzt jemanden aussuchen Sehr gut Pass mal auf Tunnel Der Gangster kann Fabriken von einer Stadt ohne Auktion erwerben 30% Höhe Kosten für Gleise Das ist Too much Wartungen laufen 20 Aber Ne Ja es ist leider Okay wir nehmen sie hier Wir kennen sie ja auch Wir kennen ja alle Charaktere Ich denke mal es erübrigt sich da noch was großartig zu sagen Der Bonus durch Expresszüge beträgt 20 statt 10% Das ist nicht schlecht Wartungen laufen 20% langsamer ab Und 5% höhere Effizienz des Personals Das ist nicht schlecht Ich gucke nochmal ganz kurz Ah ja das ist schlecht Das ist echt schlecht Ah das ist auch so böse Das ist aber auch gut hier 10% weniger Wartung Niedere Kosten für Gleise, Tunnel und Brücken Der Bonus durch Expresszüge beträgt 5 statt 10% Okay wir nehmen den ja Den Ingenieur Okay So Faktor 1,3 Okay wir können auch nichts einstellen Das ist auch irgendwie Na gut Wir starten Mal gucken Was uns jetzt erwartet Im Szenario soll es ja Angeblich ein bisschen anders ablaufen Das wird ein interessanter Wettstreit Den du da angezettelt hast So ganz ist mir nicht klar Weshalb du dich auf diese Wette eingelassen hast Aber sei's drum Unserem Land werden die zusätzlichen Verbindungen Sicher nicht schaden Ich wurde als Schiedsrichter bestimmt Und deine Aufgabe ist es so schnell wie möglich Chicago mit Jacksonville in Florida zu verbinden Deine Konkurrentin hat eine ähnliche Aufgabe Nur geht es bei ihr von Toledo aus los Dann also los Ladies and Gentlemen Start the engines Das Rennen ist in mehrere Etappen eingeteilt Ihr müsst immer erst die Aufgaben einer Etappe erfüllen Bevor die nächste Etappe mit der nächsten Region freigeschaltet wird Okay dann lass mal schauen Verbinde die Stadt Indianapolis mit deiner Heimatschatt Chicago Beachte es mit dem Wort Mit ihren Aufgaben schneller sein kann als Die dir vorgegebene Zeit Kommt ihr als ersten Ziel Hast du verloren Ach ja je Verbinde 5 Landbetriebe mit deinem Streckennetz Schließe 80.000 Einwohner im Streckennetz an Okay also erstmal Indianapolis Gucken wir mal wo Indianapolis ist Können wir denn mittlerweile Ne leider ist es immer noch nicht Dass man das wieder ausblenden kann Das ist natürlich Okay Indianapolis ist da unten Also es ist ein Wettrenner Also es ist schon Okay also wir sollen hier eine Stadt machen Rock Island Okay machen wir das mal Es wird uns hier vorgeschlagen Also nehmen wir das mal so hin So das Ganze machen wir aber auch nur auf einfache Variante Chicago ist echt Ja Besten wäre natürlich so Aber das kostet uns mal eben Eine Mille Das ist ja Wahnsinn Das ist ja Wahnsinn Das geht ja gar nicht Das ist ja furchtbar Guck mal 1,6 Millionen Um hier durchzukommen Das geht gar nicht 1,3 1,3 1,3 Wir haben schon scheiße angefangen Wir haben schon scheiße angefangen Wir haben schon Mistig angefangen Okay pass auf Chicago Chicago Wenn wir ganz kurz gucken Da ist das Da ist das Andererseits wollen wir auch Da kommen wir nicht ran Ich drehe das mal um Dann haben wir ein besseres Gleis So dann habe ich das andere Gleis nämlich hier drin Ist ein bisschen besser Kostet der Spaß nämlich nur 300.000 600.000 500.000 Mit Brücke 300.000 Okay mit einer Brücke Die Meiner Meinung nach nicht sein muss 7% Gefälle Minus 1% Okay ist nicht optimal Aber für die erste Strecke Was soll's Scheißegal Hauptsache es geht erstmal 100.000 Komm das nehmen wir Und normalerweise müsste ich Ja weil es ja eine Doppelstrecke ist Wir nehmen das so hin Erstmal Damit wir erstmal schon mal ein bisschen was am Start haben So und dann Ein Versorgungsturm in der Mitte Chicago Rock Island Loco Was haben wir denn da Nur die PRR oder was Ne Die Glein Als Express Variante Fracht Die Shade Class Die Mastodon Die Brox Mogul Die Class 1 zu 1 Die Inyo Braultwind Tenwheeler Ich tendiere auf die Expressgeschichte hier zu gehen Postwagen Dienstwagen Kühlwagen lassen wir mal weg Zwei Stück Schicken wir mal los So Zwei Punkte haben wir Die verteilen könnten Lass mal gucken Was ist das hier Wartungsbedarf Ersatzteillager Okay Hinten ist alles durch Ja hier ist alles gut Hier ist alles durchgeforscht Das ist okay So das könnte man noch mitnehmen Restwert werden wir verkaufen Andererseits Erhöht die Maximalgeschwindigkeit Das ist auch gut Ja komm wir müssen es so oder so mitnehmen Vorher kommen wir gar nicht da ran Nehmen wir das mal so hin So Chicago Äh Annapolis Fünf Landbetriebe Das ist kein Problem So Und das hier ist überhaupt kein Thema Was 64.000 Nehmen wir so hin Da brauchen wir auch nur eine einzelne Strecke Versorgungsturm dran Klick klack klutsch Bäm Bäm So Dann nehmen wir keine Express Da nehme ich tatsächlich eine Die für Fracht geeignet ist Die Shake Class bietet sich an Ähm Ruhig mit dem Dienstwagen Aller Mitarbeiter Inklusive Lok Okay Wie gesagt da reicht einer vollkommen aus So den haben wir dran Dann geht es jetzt hier weiter Madison So damit die sich hier alle nicht so in die Quere kommen Ähm Warte mal Wir schicken die ja da mit hin Das ist okay Dann gehen wir da nochmal raus Ja es ist Teuer Aber wir schicken die erstmal da drauf Egal Später bauen wir um So die nehmen nämlich Wolle mit Und dann passt das schon Ja ist okay So okay das haben wir auch Lass mal ein bisschen Geld verdienen Das ist so ärgerlich Dass man Dass der immer noch nicht gepatcht worden ist Bleiben wir mal eine Züge Okay warte mal apropos Wir müssen Ähm Hallo Ach wir haben hier schon ein Wartungsdepot Das ist ja praktisch Das ist ja gut Also wunderbar Aber hier hinten haben wir noch keins In Rock Island Brauchen wir auch ein Wartungsdepot So lass mal gucken Drei von fünf Damit haben wir schon mal ein bisschen was erreicht Drei von fünf Natürlich muss das Ganze auch wachsen Am besten wäre natürlich noch Holz Sehr geil Für Chicago Brauchen sie bestimmt Na klar Holz Mais wäre toll Ähm Dann bauen wir doch gleich nochmal einen Holzbetrieb mit dran Was ist denn das hier? Indianerdorf Dann bauen wir So Wie gesagt Kleinvieh macht ja auch Mist Ja jetzt wäre natürlich geil Wenn wir das nochmal versetzen würden Die machen wir ein bisschen flotter What? Kann ja nicht wahr sein Wie schnell ist die denn? Der wird doch zeigt Dass du es mit deinem Aufstieg Wirklich ernst nimmst Wird ja gerne sehen Wie schnell die ist Also wie schnell die unterwegs ist Dann pass mal auf Wir gehen jetzt Der ist belegt Wir nehmen mal Das Stück Der ist ja belegt Von da oben Die nehmen wir weg Wobei das blöd Ja den nehmen wir weg Den einen Okay pass auf Den nehmen wir weg So und jetzt gehen wir Schon wieder schlecht geplant am Anfang Jetzt gehe ich auf den hier rauf Nein, 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 nein Das hier ist ja Wahnsinn Totaler Blödsinn Minus 7% Minus 2% Okay, das ist in Ordnung Kostet aber nur 63.000 Damit kann ich persönlich leben Minus 1% Minus 1% Shade Class Fracht Dienstwagen Feuer frei So, die nehmen das mit Nach Rock Island 4 von 5 Und jetzt gucke ich mal Was wir hier noch haben Ich habe zum Beispiel Keinen Der irgendwie in Chicago Okay, Chicago kann das noch nicht Wie sieht es denn aus mit einer Fabrik Mit einer Fleischfabrik Kostet 300.000 Nee Können wir uns noch nicht leisten MW Manufacturing ist nicht zu bremsen Alter, Alter Rolling Thunder Neuer Rekord Rolling Thunder setzt Kraftpaket ein Das ist schön So, wir brauchen aber noch irgendwie was Am besten Zucker oder sowas Zucker wäre schön St. Louis Toledo 150.000 Hätten wir Zucker In Madison hätten wir Früchte Das nützt uns leider noch gar nichts Hier wäre Zement Brauchen wir auch noch nicht St. Louis wäre nicht schlecht Von hier aus an da ran Ne Und dann nach oben Okay, pass auf St. Louis Ja, ja, ja Tu mich auch So, wir gehen nach oben Noch Rock Island Straight nach oben Wobei, warte mal kurz Doch, das geht Und dann Extra nochmal Eine Geschichte So, das geht 300.000 Ehe In dem Tunnel So ist günstiger Dann haben wir Können wir nämlich Fleisch hochbringen Was wir von Hier ausholen So, Fleisch Gehen wir an das dran An das dritte Und ziehen die mal ein bisschen raus Wo ist Wobei, warte mal kurz Wobei, warte mal kurz Wir hier ein Express Minio hochpacken Ne, weil Städte verbinde ich ja immer doppelt Und dann muss der nämlich Da dran Das kostet Viel zu viel Geld 70.000 Und dann sind sie zwar Blockiert jetzt Aber es ist okay Wir können immer noch raus Zur Not Sehr gut Du hast die erste Aufgabe Erfüllt So, das ist eine neue Zuglinie St. Louis Ähm Shake Class Schuhwagen brauchen wir noch nicht Ja, ja, komm Ist okay So Dann Ein Turm Können wir uns noch nicht leisten Okay, wir müssen erst mal laufen lassen Erste Aufgabe erfüllt Zweite Aufgabe erfüllt Ja, die Frage ist Ob sie es erfüllt hat Oder ob ich es erfüllt habe Ich muss jetzt immer warten Auf Geld Oder aber Wir nehmen uns einen Kredit auf Wenn wir können Ich nehme den auf Damit Das besser funktioniert So, pass auf Wir gehen jetzt mit dem Jetzt hier nach oben 92.000 Wie gesagt Der eine soll eigentlich Nur Ware transportieren So, der ist verknüpft Lass mal gucken Äh Wir werden den hier nochmal abreißen Das hier ist totaler Quatsch Was wir hier machen So Und dann Mach das so Mach das so Äh Du gehst als Zweiergespann auf Passt auch In Ordnung Nach oben Unten Und ein Gebäude Neuer Zug Rock Island St. Louis St. Louis Glass Nehme ich die Express Wieder Die soll automatisch machen Speisewagen Postwagen Und Kühlwagen Dabei Die werden sicher Fleisch mitnehmen Postet uns mal eben 326.000 Wobei Wir nehmen erstmal nur einen Und gucken Wie sich das jetzt entwickelt Was du mitnimmst Okay Das ist der Frachtwaggon Ja Da kommt der andere Mit Bier So Wir werden hier eine Lagerhalle bauen In der Lagerhalle Packen wir rein Getreide Holz Fleisch Bier Stoffe Und wenn es geht Zucker Genau ja Die Tipps kennen wir ja schon Okay Lass mal laufen Machen Plus von 44.000 Wartet der jetzt Auf Wartung Okay Warte mal Wir stellen mal die Wartung ein 50% Komm schon Bring uns den Zaster So Das haben wir Füllt Das haben Da sind wir dabei Okay Edison erhält Patent Glühlampe nun Serienreif Sehr schön So Und Janapolis Ist hier hinten Das ist eine Echt doofe Strecke Ja warum so ein Tunnel Warum so ein Megatunnel Alter Was ist denn Stimmt nicht mit Ich muss um den Berg rum Keiner will so ein Tunnel haben Das ist ja Wahnsinn Das ist 1,2 Millionen Ne Das geht nicht Was ist hier los Naja alles klar Runter 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 Minus 5 Okay das ist in Ordnung Aber jetzt müssen wir Das hier natürlich Auch noch runter bringen Kostet der Spaß Nämlich nur 580.000 Geh den einen Tunnel Können wir lassen Aber das hier Minus 4% Minus 4% 59 Karma 91% Ja es ist eine blöde Strecke Definitiv 200.000 Um das zusammen zu knüppeln Okay let's do it Let's do it Rock Island Müsste eigentlich Alles verteilen Okay Man nimmt das Getreide mit Okay Das ist schön Getreide Er nimmt Getreide mit Nach Chicago Was kommt aus Chicago Sehr gut Da kommt Stoff mit Hier kommt Wolle an Gut 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 Das klappt Das ist in Ordnung Wie sieht es hier hinten aus In St. Louis Okay Und da kommen ein paar Passagiere 163.000 Wie gesagt Da muss auch noch was passieren Und wir brauchen Eigentlich Milch brauchen wir nicht Oder Machen Plus 23 Zucker Wäre geil Oder Mais Zucker oder Mais Zucker und Mais Müsste 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 In Nashville Haben wir was In Kentucky Aber hier bei uns Selber Hätten wir nur Grand Rapids Da haben wir Zucker Mais Kostet 150.000 Ne will ich eigentlich nicht Kleine Panne Okay Ich brauche ein bisschen Geld Um zu verbinden Und ich weiß nicht wie weit die Rolle ist Ne Das weiß ich nicht Drei Linien Drei Züge Bahnhöfe 7 Landbetriebe 0 Drei Städte Vier Landbetriebe Okay 29.000 Wir brauchen mehr Geld Okay das läuft Stoff kommt Das kommt auch Das ist gut Ja nur mit einmal Holz Hier fährt Ist natürlich bitter Nimmst du Holz mit Fragezeichen Wäre cool Nimmst du Holz mit Bitte nimm Holz mit Jetzt haben sie wieder Diese Wartung Ach verdammt Lockschuppen Was haben wir denn hier Neues Consolidation Tenwheeler Innu Mastodon Shakelass Die kennen wir Atlantic Or just Tenwheeler Wow Die ist geil aus Pacific Consolidation Okay alles klar Geht's wieder von vorne los Man muss ja mal gucken Ne Und er nimmt kein Holz mit Das ist natürlich Kommt natürlich Kommt natürlich auch kein Holz Hier hinten an Ne Ja Da Weil es nicht weiter Transportiert wird Okay pass auf Wir werden jetzt hier Auch nochmal So eine Panne passiert mir Eher selten Ach sei ruhig Wir wollen ja noch eine Lagehalle hin Ich investiere Das ist ja ruhig Das ist ja ruhig Untertitelung des ZDF für funk, 2017